So, wieder eine lustige Folge Far Cry. Wir haben mittlerweile sieben verkackte Dinger hier. Können sie aber nicht freischalten. Schlüssel nach Norden. Ja, wir müssen halt die Mission und so noch... Ist halt klar, ne? Gut, Karte. Nurs Festung befindet sich da. Dort geht's auch hin. Schnellreise, schnell ausrüsten und dann geht's Rambazamba. Machen wir mal hier Action. Planen wieder natürlich drei Tage lang und... Dann fliegt die Festung in die Luft, ne? Da. P416. PKM. Das ist die 1911. Haben wir alles freigeschaltet. So, bevor wir das machen, rüste ich... Die haben wir freigeschaltet. Wie ist die denn? Wir haben natürlich... Die ist natürlich unschlagbar im Schaden. Die hat eine unglaubliche Reichweite. Ich glaub, wir bleiben doch bei der. Und ich möchte, dass diese Waffe auf der 1 ist. Ganz einfach. Daher werde ich jetzt eine andere Waffe ausrüsten. So, das Scharfschützengewehr ist auf der 1. Ja? Auf der 2 haben wir ihn. Auf der 3 ist das hier. Und auf der 4 ist das. Also die Steuerung, die ist ein bisschen scheiße gemacht. So, gut. Also, auf der 1. Ach, scheiß Dreck. Okay. So. Da. Die 911 haben wir ja freigeschaltet gehabt. So. Kommt auf die 1. Auf die 2. Kommt... Was haben wir hier? Die PKM-Schussfrequenz recht hoch. Im Keim. Ach, die haben wir sogar. Aber nicht angelegt. Wir haben... Die angelegt und die hier. Da ist die natürlich um einiges besser. Dann werden wir die auch ausrüsten. Sieht eher wie ein MG aus. Also kommt die auf die 3. Rüsten wir auch noch aus. Äh, hier, äh... Erweitertes Magazine. Und ein... Scharfschützen-Zielfernrohr. Rotpunkt oder Reflex. Das Optische Visier bringt am meisten. Aber ich glaube, dass wir das Ding eher aus der Hüfte benutzen werden. Also nehmen wir mal das Reflexvisier. Dann, äh... Das Scharfschützengewehr ist ganz richtig. Das kommt noch... Ach ja, das kommt auf die 4. Brauche ich eigentlich eine Seitenwaffe eher nicht so, ne? Wisst ihr, dann machen wir hier... Was ist besser? Die hat halt eine hohe Genauigkeit. Die ist halt eine... Recht hohe Schussfrequenz. Und die ist halt natürlich Overkiller. Einzigartiges. Jetzt haben wir da vielleicht was Schönes. Gut, das Megascharfschützengewehr. Wird's denn übrig? Ja. Was machen wir? Äh, ne. Da. Ach klar, wir haben doch zwei Seitenwaffen jetzt ausgerüstet. Schon logisch. So. Ach, oben kommen nur die Seitenwaffen. Nein, das vergesse ich dauernd. Gut, dann kommt auf die 1 unser normales. Dann... Seitenwaffe auf die 2. Helft mir doch. Natürlich. Natürlich. So. Dann noch kaufen. Äh, können wir so 5, äh, spritzen. Und das werden wir. Schützenhilfe 2 können wir noch nicht. Äh, Schützenhilfe Marke Upgrade 1 werden wir uns auch mal gönnen. Wir rüsten einfach mal jetzt voll aus. So, Punkt. Das können wir uns nicht mehr. Das können wir uns noch nicht. Haftgranaten. Kaufen wir uns auch mal. C4 brauchen wir nicht. Bemalte Dickhäuter. Küratselefanten sind unten in traditioneller Festtagsfarbe bemalt. Dieser Artikel kostet 20 BuPlay Units. Und den kann ich noch nicht. Wingsuit. Benutze den Wingsuit, um schneller aus großer Höhe abzuspringen. Wenn du niedrig genug bist, wirst du aufgefordert, für eine sichere Hand den Fallschirm zu öffnen. Den haben wir doch schon. Haftminen. Ich bleib mal lieber bei den Haftgranatos. So, Munitionos ist voll. So, 1 normale. 2 haben wir die Dingens. 3 haben wir das. Und 4 haben wir das Scharfschützengewehr. Wunderbar. Ich... Wo komm ich denn hier raus? Da. Ne. Da komm ich raus. Sag ich doch. So, 6 Minuten in Inventar rumgewühlt. Geil. Also, auf der 1 haben wir natürlich hier unser... 3 haben wir das da. Und auf der 3 haben wir... Oh. Oh. Fettes Ding. So, das ist auf der 3. Und die 4 natürlich hier. Unser Scharfschützgewehr. Nur ist Festung. Wo haben wir denn hier? Nur ist Festung. Nur ist verfickter Festung. Figgidi Figg. Da. Ist er. Einmal quer über den Berg. Natürlich werden wir nicht über den Berg klettern. Denn wir nehmen die Scheiße Outdoor. Und fahren da stabilisiert hin. Hoffentlich schnell. Musik muss übertönt werden. Also... Ach ne. Jetzt fängt er schon wieder an zu labern. Ich bring den auch bald rum. Ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Hilferuf. Die Royal Army bringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist fietig. Bitte melden. Oh, das ist ja... Das ist... Das ist Biggie Smiles. Ey, Kollege. Ich hab auch was Schönes. Ah. Alter, das Ding geht ab. Genau, genau, genau. Hier, da. Brauchen sie wieder Rettung. Finde ich geil, dass man das auch wieder zurückkämpfen muss. Keine Chance. Ach, das ist einer von uns. Nicht zuvor nicht, Profit. Rückzug, Rückzug, Rückzug. So. Lauft. Ich geh mal neue Muni gleich kaufen. Fels in der Brannung. Erfolg freigeschaltet. Mann, ich krieg wieder... Ich krieg so dermaßen scheiße viel... An Auszeichnungen wieder. Aber ich kann's nicht nützen, weil die Uplay-Server immer noch da sind, ne? Haftgranatis... Kann ich dich mal kurz sprechen? Später. Ohne dich hätten wir den Außenposten verloren. Leck mich am Arsch. Ich brauche Drink. Hat er gesagt, leck mich am Arsch? Was? Komm zurück. Die Waffe geht ganz gut, ne? Den hab ich gesucht. Und weg. Festung da hinten. Oder? Ah, einmal drehen. Da hin. Kommen wir zwar auch nicht unbedingt weit, aber... Was soll's. Ach, ist das schön, ne? Verdammt noch mal! Fein! Verrät! Den übernimm er! Den übernimm er! Den übernimm er! Den übernimm er! Weg! Weg! Toll! Boah nee ey Wir warten mal eben kurz Da ist er Au Drecksart So Was Oh geil Ne Haben sie die Bäume jetzt auch animiert Wenn die Feuer gefangen haben Super Geil Das freut mich Jetzt sehen auch die Bäume endlich mal auch verkugelt aus Karma Level 3 Tag Kollege auf zu rauchen Ich laufe hoffentlich in die richtige Richtung Ja Ich glaube ich hole mir einen Schütz und dann rennen wir da einfach rein oder? Machen wir das? Ja machen wir ne Scheiße ist der mit dem Ding lahm Kann ich hier nicht hoch? Ne Gott diese geilen Berge ey Ich liebe Berge Ich kann So wenn ich im Ups im Urlaub oder so bin Ne Ich muss gar nicht irgendwie so groß in die Stadt Von mir aus kann man mich einfach Irgendwo in die Berge setzen und mich abends wieder abholen So ungefähr Alter wenn der Baum fackelt wäre auch geil ne So wo ist Festung? Wo haben wir sie denn? Da hinten Natürlich nehmen wir den Haupteingang Da fahren welche Da ist die Festung Oh ich hab direkt einen Scharfschütze gesehen Ich glaub das ist zu weit weg jetzt Ja Das ist zu weit weg Da können wir nicht viel ausrichten Aber Die Verstärkung ist so gut wie da Rebell ist auf dem Weg Sehr schön Baguio Dua auf 2488 verschissenen Höhenmetern Haltet die Augen auf Findet den Killer Nö Jawohl Was? Headshot Headshot So lang braucht ihr Gut hier Guten Tag Guten Tag Guten Tag Hey 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 So Oh Gail Gail nach Hause Ich möchte ja in die Mörse ausprobieren Wieder Da komm Kollege Komm ran hier Reloading Wie Oh geil Muni Pass mal auf hier Was? Ich möchte ja in die Mörse ausprobieren Was? Ich möchte ja in die Mörse ausprobieren Was? Ich möchte ja in die Mörse ausprobieren So So der ist weg Der ist auch weg Nein Ich habe auf dem Habe ich nicht Habe ich? Ich habe doch Habe ich nicht? Scheiße Mann Hey wohin? Findet heraus was es war Und pötet es gefälligst Nee 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 It Schau! 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 Mensch, der ist besser! Wo verstehst du dich? Zeig dich! Gebiet durchsuchen! Pssst! Ganz ruhig! Das Geräusch macht mich wahnsinnig! Scheiße! Ich verforier dir dein Gehirn! Halt los! Halt los! Okay! So, der Alarm ist hin! So, jetzt holen wir hier nochmal... Schützenhilfe! Hey! Wirst du wohl sterben? Wirst du wohl sterben? Hört erst auf, wenn sie tot sind! So, meine Freunde! Jetzt wird nochmal hier... Oktoberfest gefeiert! Wo sind sie denn? Wirst du wohl sterben? Du siehst mich nicht... Jetzt komm hier! Jetzt komm hier! Jetzt gibt's doch nicht! Jetzt komm hier! Jetzt gibt's doch nicht! So! Das kann ich den ganzen Tag machen! So! Schnauze! Haben wir's? Oder haben wir's nie? Ne, scheinbar nicht! Noch mal Besuch! Kommt! Nichts Position halten! Reinkommen! Ey! Na also, geh doch! Noch ein Erfolg! Ein Zeichen der Stärke! Meine Fresse! Meine Fresse, ey! Und ich kann das alles nicht abspeichern! Weil die Leute ja verdauern sind! Mann, dieser Hackerangriff auf Xbox Live und PSN, der hat's echt... Boah! In sich gehabt! Du hast eine Festung erobert und nur erledigt? Ich gebe zu! Ich bin sehr beeindruckt! Die Hälfte der Festungen gehört jetzt uns! Das schränkt Pargans Möglichkeiten für Gegenangriffe drastisch ein! Ja! What? Hat er echt für diesen kleinen Moment... ...dem Wingstuit aufgemacht? So, haben wir's! Och komm ey! Das war ja so klar! Nach dem Sieg muss ja der Tod kommen und... Nach jedem Tod folgt doch ein Ende der Folge! Eine recht bayerische Folge, sag ich mal, ist jetzt vorbei! Na gut, zweimal eingenommen bzw. einmal fast geschafft! Da haben wir halt den Alarm ausgelöst! Aber ich wusste auch nicht, wo die Alarme sind! Wären die außen gewesen, dann... Ja, gut! Geht halt nicht anders, ne? Aber ich sag mal, wir haben noch ungefähr... Ich glaub vier oder drei... Drei oder vier Festungen haben wir, glaub ich, noch, die wir erobern können! Und die schwierigste wird natürlich die vom Pargans... Die wird... Oh, die wird... Oh, 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 oh! Bほど? 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 Awesome. Untertitelung des ZDF, 2020